Hallo und herzlich Willkommen in euer Zeug bei Portal 2 mit dem Tibor und mir. Hallo, vielleicht bekommen wir diesmal sogar ein synchrones Winken hin. What the hell? Oh, ich war nicht darauf vorbereitet. Naja, also ganz knapp. Wir haben ja noch danach zwei Folgen. Was machst du? What? Was war das? Ninja. Rechts in der Mitte unten. Rechts unten. Das hier. Okay, alles klar. Oh ja, gut, dass du sagst. Ja. Oh, Turmo. Ist ja schon mal sehr vielversprechend. Okay. Turmo fahren. Au, au. Können die da durchschießen? Na, sie können hier durchschießen. Ja, aber da durch. Ja. Also ein Portal können wir hinschießen, aber wir können hier nirgendwo was machen. Ja. Ich fäh. Wahrscheinlich muss einer da was machen. Hier ist ein Knopf. Ich drück mal den Knopf. Würfel. Hatten wir ein Platz für den Würfel? Hier. Oh nein. Oh, oh, oh. Ne, wir können, wir können uns nicht drüber dingsen. Kommen wir ja auch nicht durch. Ich habe eine Idee. Kann ich mal einen Würfel haben? Ja, das wollte ich jetzt machen. Oh ja, das sieht gut aus. Oha. Alter. Aber was ist denn alles total? Hilf mir. Was soll ich denn machen? Weiß ich nicht. Ich kann leider nicht hinschießen. Warte, ich kann von oben fließen. Bleib da, du bist sicher. Dir kann nichts passieren. Ganz in Ruhe. Irgendwo ruhig bleiben. An sich des Podes. Au. Wollen wir mal so einzelne Schüsse treffen einen ja immer. Ja. Okay. Gehen Sie sich. Ein. Jetzt. Stürre. Ja, Trottel. Muss ich da jetzt mit? Du kannst doch schon aufmachen irgendwo. Bestimmt. Ja, hier ist ein Knopf. Blaue. 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 Kabel. Das war doch schon mal ein actiongeladener Anfang für die Kamera. So, und den Würfel können wir hier gleich deponieren. What? Da ist er. Was war das? Er hat sich erstmal selbst zerstört, aber dann auch. Das war alles wieder in Ordnung. Aber. Noch nichts, ne? Was machen denn die Knöpfe hier? Oh, nein. Och, ne. Hahaha. Das wird jetzt schon sehr lustig. Deswegen brauche ich den, brauchen wir den Würfel. Ah, was haben wir hier hinten denn noch? Da ist nichts. Wir müssen dieses Gitter deaktivieren irgendwie. Das Auflösungsgitter. Das ist eine Kugel. Die Kugel kommt da hinten und dann ist jetzt weg. Wie kommst du da hin? Können wir die... Ich kann die Kugel fallen lassen. Ich glaube wir müssen einfach bloß die Kugel... Ich glaube wir müssen einfach bloß die Kugel da durchlaufen. Ah, die Kugel durchmanövrieren. Okay. Welcher ist hier welcher eigentlich? Das müssen wir wahrscheinlich sogar beide machen, oder? Naja. Das wird was werden. Okay, das ist... Hier. Das hier muss auf jeden Fall sein. Rechts. Einer muss hier drauf stehen. Rechts. Und das ist hoch. Rechts. Rechts. Also einer muss auf jeden Fall am Anfang hier drauf stehen. Okay. Ich habe die D1 und 2. Du übernimmst mal die beiden hier. Und ich übernehme die beiden hier. Das heißt, du musst erstmal hier drauf stehen bleiben. Und dann drücke ich jetzt... Jetzt drücke ich erstmal den... Das Ding hier. Genau. So. Und ich muss gleich rüber wechseln. Warte. Nein. Du musst den anderen. Okay. Du musst auf deinen anderen. Ah. Ah. Warte. Soweit ich... Ja. Soweit ich darunter gehe, stürzt das Ding ab. So. Jetzt. Du. Genau. Jetzt dann der. Ne, der andere. Okay. Oh meine Güte. Okay. Dann wechsle ich hier hin. Oh. 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 Nein. Okay. Ich muss dann hier drauf, weil der hier tut anscheinend auch noch das Auflösungsgitter deaktivieren. Ach so. Okay. Der geht gut. Das ist das Auflösungsgitter. Okay. Ich stelle mich wieder hier drauf. Ähm nein. Und aktiviere den. Der war's. Ja. Oh meine Güte. Moment. Bleib einfach so stehen würde ich sagen. Nee. Du musst stehen bleiben. Du musst stehen bleiben. Ah. Ja. Ja. Ich hab die seitlichen. Ja. Wie gut. Ich dachte erst, wir müssen da irgendwie durch. So. Okay. Jetzt kannst du runter. Und auf den hinteren. Genau. Ja. So. Dann kann ich jetzt auf den. Und jetzt muss ich schnell auf den. Auf den zweiten. Genau. Wahnsinn. Wie kriegen wir denn vor? Ähm. Wer steht mal jetzt auf... Ich stehe einfach mal auf alle anderen noch. Okay. Wer hast du vielleicht? Ja. 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 Na perfekt. Ich geh mal hin. Na fein. Vorsicht nicht, dass er wegrollt. Ja. Das wär's jetzt gewesen. Sicher. Ah ja, sehr gut. Automatisch das Auflösungsgitter, genau. Das müssen wir uns eigentlich nur noch nehmen, oder? Ja. Ach, du kriegst das Herz schon wieder. Ja, natürlich. Jetzt gibt es eine Theorie, dass in diesen Begleiter-Crewes Menschen drin sind. Überreste. Jetzt sind sie gruselig. Abgelaufene Testsubjekte. Würde ich GLaDOS aber zutrauen. Ja, oder? Bisschen Nervengas, ach komm, ab in Wurfe. Super, und die 23? Friendship is magic, bitch. Aua. Ja. Ja, würg mich hier mit meinem Kabel, WTF. Vom Mikrofon, oder wie? Ja, vom Kopfhörer. Okay. Vor den Kopfhörern aus. Aber du liebst noch. Sehe ich gerade. Ja, ich danke schön. Allein hätte ich hier, glaube ich, ein paar Probleme. Ja. Oh yeah. Oh yeah. Ich rein einfach rüber. Ja. Okay. Soll ich mitkommen? Kannst du das nochmal machen? Ähm. Ich glaube, das reicht auch nicht zum Zugrennen, oder? Doch. Boah. Ganz knapp, aber es reicht. Ah. Remote View. Ja. Remote View. Was? Hä? Okay. Es ist jetzt... Damit tun wir auf jeden Fall dieses Ding hier deaktivieren. Wir können durch. Ah, und wir können... Oh nein! Nein! Das ist der Typ. Das ist der Typ. Zielfahrleust. Ja. Alles klar. Der Jung. Also so gesagt. Wir können heute Suppe. Ähm. Wir können... Ah, okay. Ich hole mal schon... Ähm. Lass mich mal was anderes machen. Ich zisch... Nö, 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 nö. Alles okay. Ich mach das. Toll. Okay. Geh baden. Los. Wow. Wir brauchen den Würfel eh hier. Oh, okay. Hä? Wie ist das Ding dann weiter offen? Wenn du den Würf... Ach, du hast einen neuen Würfel? Nein, ich hab den Würfel von da hinten geholt. Aber warum ist das dann offen? Wow, was hat der andere Würfel dann... Nein, ich hab hier ein Portal gemacht. Ich denk wir brauchen ihn später nochmal an der Stelle. Ach so, du hast ein Portal gemacht. Ja. Ah, jetzt ist fast still. Ähm. Was macht Astia? Oh, okay. Ich denk mal, wir dürfen hier erstmal alles entkleistern. Hier vorne fehlt noch ein bisschen was. Dann lass dein Portal da mal stehen. Hier? Ein bisschen weiter vorne. Okay. Weil dann macht mal so. Das geht nicht? Doch. Jetzt... Los. Oh, na... Oh! What? Okay, wir haben einen großen freien Platz. Hä? Es ist auf jeden Fall gut zum Tempo aufnehmen. Wo brauchen wir dieses Tempo? Ähm, lass mich auch mal da durch. Oh! Ähm... Ich möchte auch mal gucken. Achso, ne, hier ist ein Ding. Das ist ein Kitter. Drück mal auf mal den Knapp. Ich möchte mal gucken. Ah, schau mal hier. Ja, oh. Einer... Ähm, doch, du musst hier ein Portal hin machen. Ah, ja, okay. Und dann, sobald du fliegst, halt das nächste Portal unter dich und ich mach dir hier die Portale. Oh, shit. Was heißt? Du brauchst ja eigentlich gar keine Portale. Mach mal da oben nochmal, weil ich nicht weiß, ob die Suppe weg geht, wenn du den Knopf drückst. Okay. Da. Bereit? Okay, ja. Ähm... Ja! Sehr gut. Gut, aber ich hätte einen Wurfel gebraucht. Was, na? Deine Portale sind noch da, oder? Ich kann dir den Wurfel einfach hinterher. Oh, das macht... Okay. Oh, das ist gut. Warte, ich kann ihn fangen. Ne, 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 ne. Doch, betätige das nochmal. Ne, mach mal die... Kannst du ihn fangen? Nein. Zu weit weg. Ich hab ihn. Kannst du ihn fangen, WTF? Äh, ich glaube... Äh, mach die Suppe nochmal an, bitte. Mhm. Ah, okay. Befür... Ah, so kommst du wieder zurück. Ja. Ah, okay. So können wir die beide Würfel hier rüberbringen. Ja, ich hab jetzt schon wieder an Selbstmord gedacht. Wie immer. Du und deine Selbstmordgedanken. So, ich mach mal so. So, okay. So. Das Dumme ist... Kann ja immer nur einen Würfel auf einmal, weil jemand den Schalter betätigen muss. Los! Ne. Oh, shit. Ich bin voll daneben. Ähm, wir brauchen ja einen Würfel wieder, der noch zerstört ist. Ich glaub, der war da hinten. Oder? Ja. Und den hier. Das Problem ist aber... Hm? Ich muss erstmal alleine fliegen. Ohne... Ja, um da in die Portale zu machen. Genau. Und danach müssen wir die Würfel durchjagen. Ja. Okay. So. Hä? Was hat mich jetzt aufgehalten? Keine Ahnung. Kladus. Dein... Kladus. Mitten in der Luft stehen geblieben. Okay. Willst du mal versuchen, oder? Von mir aus. Okay. Ach, nein. Ich brauch mir hier erstes Portal. Los. Alles geschafft. Gut. Ähm... Portale stehen. Äh... Ich... Das eine Mal versuchen. Huch. Ach, das müssen ja nur zwei... Okay. Ja. Na, das passt ja. Die Portale stehen ja noch. Ich drück mal den Knüpf. Oh, Ficke. Nein! Das macht nix. Solange einer die Portale hat... Ich glaub, der sollte auch der springen, der die Portale da mal nicht hat. Mhm. Nicht, dass die wieder weggehen. Ähm... Ja. Ja. Anders kommen wir ja da nicht hoch. Nein, ich glaube nicht. Schade. Drei. Zwei. Eins. Dein Portal war nämlich hier weiter nach links. So. Sehr gut. Ach ne, das sind bloß die. Okay. Und dasselbe nochmal mit dem anderen Würfel. Was, selber nochmal? Ein Herzchen! Okay. Okay. Wieder etwas weiter nach links lenken, damit ich in ein Portal treffe. Jawoll. Sehr gut. Ah, okay. Und jetzt? Musst du, glaub ich, nur noch zu mir runter springen. Boah. Knappe Sache. Das war... Also wer eigentlich noch ähnlich knallt, glaub ich drüber. Und wieder eine Testkammer erfolgreich beendet. Sehr, sehr nice. Wahnsinn. Dann schauen wir noch kurz in die nächste Testkammer rein. Wie viele Minuten haben wir denn noch für die Folge? Noch zwei knapp. Okay, da können wir nochmal einen ganz kurzen Blick drauf werfen. Ja. Und natürlich wieder einen fulminanten Ladebildschirm genießen. Der auch jedes Mal spannender wird. Auf jeden Fall, oder? Ich glaube, jetzt haben wir wieder 24. Gerade eben war 22, oder? 23 war irgendwie wieder... 23 war schon. Ne, 23 war schon. Sind wir schon bei der vierten Testkammer heute? Wow. Wir kommen heute richtig voran. Läuft relativ gut. Es gibt auch, habe ich jetzt bei AGDQ gesehen, bei Awesome Games Done Quick. Es gibt auch ein Portal... Wie heißt das? Art? Graffiti? Paint? Irgendwas? Da hat man keine Portalgun, sondern eine... Äh... Gelgun. Okay. Das gibt's als... Ah, nein, das... Ja, ja, das gibt's irgendwie als DLC oder so. Aber ich glaube, das ist sowas wie mit Move Control oder irgendwie so. Nein, das ist ganz normal. Ist ganz normal? Kannst du Koop spielen? Das ist, äh, halt bloß mit... Gelgun. Okay. Klingt jetzt verstanden. Auf jeden Fall. Dann könnte man mal im Auge behalten, wenn's vielleicht mal rabattisiert ist oder so. Also... Wie immer... Bevor wir die Aufnahme beenden, ich test einfach mal das Ding hier aus und werde wahrscheinlich krepieren. Nö, warum? Ich habe gesagt, ich werde krepieren. Ja! Was ein Typ! Was ein Typ! Macht's gut, bis zum nächsten Mal! Ciao. Ciao! AliE1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017